Es gab früher einen Kaffee, Kaffee Nordspitze. Und die Legende besagt, da hat eine Berlinerin gearbeitet. Die hatte so sehr lange Beine und die hieß Anna. Die Helgo Lender haben da nicht mehr gesagt, das war zu Kaffee Nordspitze, sondern zu lang Anna. So soll das gekommen sein. Und der Herberg Bastow.